Moin Lennart! Moin! Sag mal, wohin bist du eigentlich zuletzt in den Urlaub gefahren? Der allerletzte Urlaub war Skiurlaub in Südtirol. Herrliche Berge, helliger Schnee, leider nur ein kleiner Unfall. Hört sich aber trotzdem sehr gut an. War gut. Gas- oder Holzkohlegrill? Es kommt immer darauf an, wenn es schnell gehen muss, Gas. Wenn ich richtig Zeit habe, lieber Holzkohle. Und so ganz grundsätzlich, Leben auf dem Land oder in der Stadt? Eindeutig Land leben. Auf dem Land braucht man ja auch immer einen Trecker. Hast du da so eine bestimmte Marke? Also eher John Deere oder Deutz? Da ich selber John Deere fahre, John Deere. Kommen wir mal wieder zum musikalischen. Mit welchem Song bekommst du die Tanzfläche immer voll? Pur Party-Hit-Mix, Danza Kuduso. Es kommt immer darauf an, wie die Leute drauf sind. Aber es gibt viele gute Songs dafür. Ja. Und wenn du dich entscheiden müsstest, Schlager oder Popmusik? Schlager. Was war denn dein Traumberuf, als du noch klein warst? Der Traumberuf, ich glaube, wie bei jedem Kind, Feuerwehrmann. Das musste sein. Das hört sich gut an. Nachteule oder Frühaufsteher? Es ist Frühaufsteher eher Nachteule nur nach einer Party. Ja. Und auf der Party gibt es davon auch einiges. Eher 90er oder 2000er? 90er gehen immer. Immer. Ja. Vielleicht auch aus dieser Zeit. Kannst du mir ja verraten. Was ist dein peinlichster Lieblingssong? Mein peinlichster Lieblingssong? I'll tell you what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you... Nein. Okay. Und was ist dein Lieblingsgericht? Schnitzelpommes geht eigentlich immer, obwohl Columbia auch immer ganz gut ist. Ja. Bleiben wir mal privat. Was hörst du denn dann da eigentlich so an Musik? Privat fast nur noch Country, muss man einfach sagen. Country. Okay. Da irgendwie was Bestimmtes oder? Tatsächlich, es gibt so eine Country-Szene, die partylastiger ist und die mag ich ganz gern. Ja. Hört sich interessant an. Lieber die Sprachnachricht oder schreibst du eher? Ganz klar schreiben. Ja. Sprachnachricht nicht derft oder? Zu lang meistens. Ja. Okay. Hast du neben dem Auflegen eigentlich noch weitere Hobbys oder Talente? Talente kann man mir viel dazu sprechen, aber ich habe einen kleinen eigenen Aktivstall. Ich bin Westernreiter, mache auch Unterricht und trainiere quasi auch Jungpferde. Das ist mein großer Bereich neben dem DJ. Wow. Cool. Und dann noch zum Schluss Lieferdienst oder lieber selber kochen? Lieber selber kochen. Dann einen guten Appetit. Vielen Dank. Danke, danke.